Alles Wichtiges verstaut Obwohl, ähm, den Enchanting Table und so weiter könnte ich nur mitnehmen Habe ich hier zwei oder eins? Ja, dann nimm einfach mit Besser ist, wenn wir mehr mitnehmen Also Zuschauer, äh, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, ne? Ich habe mir jetzt leider gegrieft, ne? Aber, äh, in Anbetracht der Sache, dass wir es schon irgendwie seit, wie lang war das? Drei Aufnahme-Sessions Äh, permanent Immer, äh, getötet wurden Und dann halt einfach jetzt meine Hühner tot sind Von Can, der es halt nicht zugeben will Hast du gesehen, wie er einfach reingegangen ist und alle getötet hat, oder wie? Ja, ähm, da hat er mir sogar noch gesagt Ja, du tust dein Zeug wieder, da hat er mich ja schon davor ein paar Mal gekillt gehabt Ja, da hast du es ja Äh, und dass es halt nicht zugeben will Ja, muss man sagen, grob Haben sie Pech gehabt Shit Mein Skelett hat mich abgeknallt Ein Skelett hat mich halt eiskalt abgeknallt, wa? Da liegen jetzt mega viele Stacks Erde unten So, ich komm wieder Wasser Ich brauch Wasser Wasser So Runter hier Ui Ich sollte nicht Na wo dein Zeug liegt und ich nimm's mit Nicht, ich bin schon auf dem Weg nach unten Ich darf nur nicht runterspringen, sonst sterbe ich nochmal Da wurde ich halt eiskalt abgeknallt von so nem Skelett, ne? So, jetzt muss ich mein Zeug suchen Wo bin ich denn runtergefallen? Ich weiß nicht, wo ich runtergefallen bin, ne? Ist ja natürlich mega schade, ne? Ich hatte halt nen Rest Erde da dabei Da? Da? Ne, da hinten was Wo lauf ich hin, ey? Ich lauf voll in die falsche Richtung Naja, gut, aber Leute, da ihr schon ne Weile zugeguckt habt Denk ich mal Sind wir uns alle einer Meinung Dass irgendwann mal auch mal Was zurückkommen musste Da wir einfach Grob gesagt In Masse Viel zu oft getötet wurden Als umgekehrt Ja Von hier wurde ich runtergeschossen Hier müsste jetzt mein Zeug liegen Also, ich hab offensichtlich Das Portal ist weg Ich hab sauviel Obsidianen dabei Ich seh meinen An der Zahl 19 Einen Zaubertisch Einen Amboss Einen stark beschädigten Zauber Scheiß drauf Hör mal kurz Und noch mehr Ne, bin ich zu weit, oder? Und Quarz Ich find mein Stuff nicht Bin ich denn genau verreckt, hey? Geht gar nicht klar Hier legt nirgendwo irgendwie Zeug rum Ach, da hinten könnte auch sein Oh mein, bin ich blöd Hey, meine Fresse Natürlich ist es da hinten So, ich hab mein Bett jetzt auch besser geplaced Ähm Boah, auf dem Berg, hey Ja, da liegt mein Stuff Hey, Hühnchen Guck mal das an So Das war dein Cousin Und das Das tun es auch Ein gebratenes Hühnchen Ich muss den töten Sonst kann ich nicht hoch Oh oh Muss Überleben Friss 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 schneller Oh, falsche Waffe Mit falsche Waffe meine ich Alter Alter Ich verrecke Krieg gerade aufs Maul Alter, wie viele Zombies Nicht sterben, nicht sterben Äh, wirst du doch gekillt von den PvP-Aslacks Nein, ich werde getötet von Zombies Von Team, wir sind die PvP-Aslacks So, ich lebe doch noch Ich komm jetzt nach oben Von Team, wir sind die PvP-Aslacks So, lass es dir Die haben jetzt auf jeden Fall erstmal was zu tun drüben Nils Haus können sie gerne sprengen Das ist mir scheißegal Da ist nichts wertvolles drin Das wird eh noch Ne, Nils Haus dürfen sie auch nicht bringen Das ist Eigentum von uns Ähm Ah ja, du kannst doch von Can verlangen Dass er die scheiß Steinpenisse wegmachen soll Ach, die mach ich schon selbst weg Ne, das soll er schon selbst machen Das ist mir scheißegal Ne, ich kann die schon wegmachen Das ist ja nicht alles zu viel Das geht ja schnell Fuuuuck Du weißt, was ich will, oder? Ähm, wo ist denn der Drop-Pot? Achso, ähm Ja, shit, jetzt hab ich den Text nicht abgeschickt So, dann baue ich mal weiter, ne? Boah, in der Nacht zu bauen ist echt gefährlich Ja, aber du musst einfach nur ein bisschen mehr ausleuchten Du musst ein bisschen Glowstone haben Ne, ne, mit Fackeln musst du ausleuchten Äh, ja, Alex Ähm Ich sterb gleich schon wieder Weil voll fünf Milliarden Monster machen wieder Mach Wasser hin Mach das Wasser hin Ja Ich lauf gerade hin Mach es einfach Was? Was? Du willst nicht sehen, was da unten alles dran kleucht und fleucht Ah, Kubi-Rage-Ball wieder Beziehungsweise ich Rage, weil Kubi dumm ist Creeper, mach Bumm! Mach Bumm! Weißt du Darf ich Tiberius offiziell anzeigen, weil er so unlustig ist? Hat er die Texte eingefügt? Ja Echt? Okay, ich glaub mein Zeug ist weg Gut, mein Zeug ist weg, das ist aber auch jetzt offiziell scheißegal Bin gleich schon wieder tot und das Mit Absicht Äh, ja Wie viel Erde hattest du dabei? Ah, drei Stacks gleich Ja komm, hol die wieder Das Ding, das bleibt noch fünf Minuten da Nee, das ist ja weggesprengt worden Achso Oh, schade Heißt, ähm I have a problem Was haben die denn bitte für Beweise, ey Ähm, Wasser wegmachen Ich nehm jetzt dafür einfach mal nen Dreckblock Boah, Ding ist glaub ich zu weit gegangen Zu, zu weit gedingst Geht das Wasser weg? Ja, das Wasser geht weg, passt Ja, was? Beschreib uns nix Beschreib nur das, sag nur das Das muss ausreichen Weiß nicht, was die wollen, also Ich find, ich find's scheiße, die Dinger, dass die Virus die umgeschrieben hat Ich will wissen, von was ich verreckt bin Weil vorher stand bei mir da, ja, ich hab einfach, ich bin irgendwie gestorben Oh, ähm Ich hab Tiberius geschrieben, dass wir das waren Ja, schreib dieses kleinen Chat rein Warte mal, hast du grad, hat man grad gesehen, dass ich Tiberius ne Nachricht geschrieben hab? Ähm Ja, die haben nicht mal aufgepasst, was im Chat abgeht, geil Ja, die haben das ganz einfach Hammergeil Moment, ich muss kurz ne neue Playlist machen Ja, aber lass demnächst, wenn die wieder annerven oder wir zum Beispiel dann auf einmal irgendwas grieven Ähm, weil wir halt einmal mal auch, äh, sagen wir mal, pisst sind Ähm, dann lass einfach nicht antworten und erst so fragen, ja, was denn überhaupt passiert Nach dem fünften Mal oder so, einfach überhaupt gar nicht antworten Ist viel safer Weißt du, was auch praktisch ist Die Folge, die, die heute rauskommt von, von mir zum Beispiel Die kommt halt erst so in Zwei Monaten raus Äh, also wenn ihr das hier hört, kommt erst alles in zwei Monaten Ja, und da haben wir bestimmt auch viel, viel mehr Shit gemacht Viel, viel krasseren Shit Na, ich, äh, bei mir jetzt offiziell ab, äh, Freitag letzte Woche Kommt ab jetzt von mir nix mal von Season Weil ich eben jetzt offiziell keine Lust mehr hab zum Rendern Alter, richtig krass Julian hat ja, ähm, hat ja momentan kein Netz, blöderweise Ne, hat mir heute geschrieben, er hat heute 50 Folgen aufgenommen und gerendert Alter, ne, gerendert glaube ich nicht, noch nicht fertig, aber auf jeden Fall aufgenommen Ich hab jetzt irgendwie voll Bock zuzuschlagen Ja, das verstehe ich, dieser, dieser Wille so Hups Oh, da ist, war So ungefähr Hups Nein Alex, du bist so ein Bongo Warte, komm, 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 ich kill dich, ich kill dich schnell, dann siehst du aus, als ob wir Beef hätten, okay? Nein, nein, nein Wart, 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 wart Wir müssen es noch Jetzt kannst du Nein, nein, nein Ja, ich muss immer noch runter Nein Nein So Und jetzt ist nichts passiert Das Geile ist, wir hatten auch keine Level Hast du, hast du ein Eimer? Wir müssen es schon realistisch wirken lassen Ja gut, dann kill mich ja kurz Warte, nimm noch deinen, nimm noch deinen, 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 deinen Dreck Oh, warte, hier liegt noch Dreck Okay, lol, warum bin ich hier? Ha Also, ich geh mal nach unten, ne? Hast du den, hast du zugebaut mit, äh, mit Gras? Ja Okay Hör auf damit Wir müssen unser Zeug noch einsammeln, das darf nicht despawnen Du bist so ein Moko Ja, die kannst du gleich wieder hochlassen, ich muss den ja wieder hoch Ja, ich mach einfach nur wieder Blöcke hin Alter, äh, hattest du viel Zeug dabei? Ich? Nein, ich hatte gar nichts dabei, ich hab alles dir gegeben Okay, ich muss rausfinden Ähm, soll ich mit dem Grasarbeiter arbeiten? Wo ist, wo ist denn das halt runtergefallen? Oh, da, oh scheiße Das ist da auf der Ähm Ich hab ein kleines Problem Okay, warte, komm, komm, komm Ah, hier ist das runtergefallen Gut Also, ich setz jetzt, fang jetzt hier an mit den Grasblöcken zu arbeiten Oder ist das doof? Äh, nee, noch nicht Wieso, dann haben wir jetzt schon ein bisschen grasige Ebene hier oben Nee, nee, die machen wir ganz oben hin Äh Durch Adventure Map, ähm, Skill, hab ich all unser Zeug zurückerobern können Ich hatte nix Mein Zeug Wir brauchen Dreck, Alter Scheiß Skelett Ja, Dreck haben wir noch Ich hab noch mega viel Dreck Ich find's ekelhaft, wie Black Laser sich sofort ausschließt Und sofort doof findet, dass er beschuldigt wird Ja, weißt du Was sagt der dann bitte, was sagt der dann bitte bei Trouble in Terrorist Town? Ich find's echt voll doof, dass ihr, wenn ich Traitor bin, mich beschuldigt, dass ich Traitor bin, oder was? Ja, Alter, hast du das, hast du das von Kubi gesehen, das Video? So geil, weißt du, er hat extra gesagt Der Anfang erst mal tut es so Er hat extra gesagt gehabt, wir sollen keine, ähm, keine Rage-Momente von ihm reinmachen Oh, bei mir leckt's Ähm, keine, keine Rage-Momente von ihm, oder sie raus, äh, rausdingsen Und, äh, er mag es überhaupt nicht, wenn er als erstes getötet wird Oder Blackie genannt wird Ja, oder Blackie Bei mir hab ich's auch rauszuschneiden müssen Ähm Und Kubi so ganz knallhart drin gelassen Er hat ernsthaft Michi drin gelassen Äh, Fichi drin gelassen Er hat ernsthaft drin gelassen? Ja Lol Direkt am Anfang Ne Darauf sind sie ein neuer Anfang Aufs Maul, Alter, Blackie Blackie, Michi, wie du auch immer genannt werden willst, mir scheißegal Nenn mir ihn Thorsten Aber er hat doch auch einen dritten Namen, oder? Naja, wir nennen ihn auch manchmal Günther Also, anderen nennen ihn Günther Ich glaub, er heißt Naja, ähm, ich hab keine Pfeile mehr, da ich ja gestorben bin und auch keine Pfeile mehr hatte Da, äh, ich geb dir noch ein wenig Erde, ne? Gut, 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 gut Guuuut Gut, gut, gut